Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Fever. So hier haben wir die Doppel-Ausfahrt. Ach ja, da fährt auch noch sowas. Ach du Scheiße, das ist ja alt. Wir müssen jetzt hier mal sehen, wie wir den Bahnhof ein bisschen anbauen. Beziehungsweise wie wir diese Strecke ändern. Ich habe mir überlegt, diese Strecke Blauen, Guben, Frankfurt, Wittenberg nicht mehr so fahren zu lassen. Sondern eine Direktverbindung Guben-Wittenberg herzustellen. Die ja im Endeffekt ja fast schon existiert durch die Güterstrecke. Vorher eigentlich immer noch mit Dampf? Ne. Und da wird durch, dass eine Stadt dann wegfällt, eine Weiterführung hier unten durch den Tunnel durch, was wir damals schon gebaut haben beim Umbau von Halberstadt. Wie sieht Halberstadt eigentlich aus? Der macht Plus. Die machen Minus. Der fährt gutes Plus. Ja, na gut. Das ist jetzt so mein Plan. Deswegen fangen wir jetzt erstmal an, hier die Strecke von Guben nach Wittenberg zu verlegen. Dann bauen wir hier eine extra kleine Strecke von Frankfurt nach Wittenberg. Ja, so ist eigentlich der aktuelle Plan. Okay, wie gehen wir denn das am besten hier durch? Eigentlich könnte man dieser Strecke folgen, um ehrlich zu sein. Und fährt dann hier oben rein. Obwohl, na Moment, 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 Moment. Gucken wir uns mal kurz die Landmutzung an. Bahnhof da oben, also es muss schon alles in eben Bahnhof konzentriert ankommen. Wenn wir jetzt hier weiter durchfahren und sagen, wir machen eine gemeinsame Strecke mit dem Kühlerzug. Gehts dann hier rum. Wurde hier durchfahren. Kann man hier abzweigen. Oder, Plan B. Wir verlegen den Bahnhof von hier, hier hin. Und fahren ganz einfach gerade durch. Und enden dann, hier oben enden ist ja dann oh scheiße. Also, wenn ich jetzt sage, wir fahren jetzt von hier. Wenn wir jetzt hier quer durchgehen. Ja, dann seht ihr mal, was der jetzt hier draus macht. Ganz viele Fehler. Außer natürlich mit dem Bahnhof direkt hier hin. Wenn du den Bahnhof 4 hinsetzt, ne? Kannst du auch von hier oben so reinfahren. Wenn du sagst, du baust hier jetzt den... Ich fahr ja immer mit so langen Zügen. Ich fahr jetzt hier hin. Ich fahr jetzt hier in den Bahnhof hin. Ich fahr jetzt hier hin. Geh jetzt hier raus. Und dann geh jetzt hier raus. Jetzt ist aber nicht die ungefähr Sache, sondern wir müssen ja hier genau treffen. Hier raus. Wurde ungefähr so quer durchgehen. Jetzt kollision. Dann gehen wir halt hier und das Gleis ran. Das würde gehen, dann bauen wir sowas mal. So. Wollen wir, dass wir durchkommen. Ach ne, war ja klar, dass das wieder nicht funktioniert, warum geht denn das nicht? Was ist denn das für ein schlechter Schatz schon wieder? Das geht. Okay, dann geht der Tunnel wahrscheinlich nicht, oder? Irgendwas geht ja immer nicht. Ach, das geht auch. Welch ein Wunder. Welch ein Wunder. Okay, dann haben wir das. Dann würde also die Strecke... Ja, vielleicht nicht direkt dort anschließen, aber ungefähr dort anschließen. Ungefähr, bleiben aber ungefähr. Was ich jetzt schon noch nicht bedacht habe, dass ich ja auch wechseln muss, dieses Gleis. Hm. Blöd. 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 Sehr blöd. Sehr blöd. Blöd. So. Kommen wir das nochmal weg. Und daran. Und das geht. Da ist ja schon mal in Ordnung. Weil, was willst du mehr? For dann Ähm, was sollen wir hier umbauen? Wie sieht denn eigentlich hier die Landnussung aus? Das würde ja eigentlich zugutekommen Wir könnten ja diesen Güterbäune viel rüber verlegen Also müssen wir mal schnell hier alle Fahrzeuge wegfahren lassen Ja, die sind jetzt ja eh alle im Weg Ja, die, gut, die Fahrzeuge können wir gleich neu zuteilen Oh yeah Ach du Scheiße, was gibt's jetzt? Huha, jetzt gibt's viel Okay, langsam, 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 langsam Oh, ein ICE Das ist doch schon mal gut Deutsche Bahn, aha Cargo Liner Bayrou 185 Das weiß ich nicht, was das ist Aha, ICE Das ist, das kommt ja eigentlich gerade pünktlich, würde ich sagen So, wie gesagt, der Zug muss jetzt erstmal weg Und die beiden Ich denke, der ist gut gestoppt Dann Nee, der ist nicht gut gestoppt Wie willst du denn hier abreißen? Äh, sag mal Macke oder was? Wollt's mal übertreiben Das gibt's doch nicht Doch, bei Rollo Ich will das weggreifen Ach man, oh Muss ich das erst wegfahren lassen hier Kann ich nicht mal hier eine Weiche reinbauen oder sowas? Oh, das ist doch Ist doch nicht dein Ernst Jetzt Ist doch bestimmt mittlerweile der Güterzüge drin Ja, war ja klar, war ja klar Was anders hab ich schon hier erwartet So Äh, die müssen jetzt auch noch weg Wenn wir das schon neu bauen Dann müssen wir es komplett neu bauen Ach scheiße, ich hab die Brücke reingezümmert Äh Dann auch so eine hässliche Obwohl, die geht schon Das kann man schon mal durchgehen lassen So, fahr weg mit deinem blöden Zug Äh, dann aufrüsten schon mal Dann müssen wir hier jetzt ein bisschen was wegreißen Was denn für Gebäude Ist das denn noch irgendwo eine Bushaltestelle? Hat tatsächlich noch das Gebäude gezählt Ja, macht einen leichten Knick Aber das ist Nicht so dramatisch So, Wittenberg-Blauen Muss man jetzt mal ein bisschen ändern Das war in der Form ändern Dass die Drei wegfällt Dass die Fünf wegfällt Dass die Vier wegfällt Dass die Eins wegfällt Na gut, da ist ja gar nichts mehr dabei Ach nee, warte mal Die Strecke runter zu King Ja schon, ne Ja, da können wir uns alles Heilsstein zufügen Die Äh, die hier Dann die Und die Auf dem Rückweg bitte nochmal die mitnehmen Und die heißt jetzt auch nicht mehr Wittenberg-Blauen Weil Wittenberg fährt sie zwar noch Aber Wittenberg Halberstadt Halberstadt So So heißt die Linie jetzt Äh, jetzt müssen wir nur gucken Wegen Fahrzeugen Weil da Ich glaube Da befinden sich nicht Wo bist du denn Du bist noch im ordnungsgemäßen Bereich So, wo bist du Aha Wo bist du Aha Seid natürlich alle Beide hier Hier müssen wir uns Ne Kurzstrecke einführen Abwohl, ne Warte mal Scheiße Ich muss jetzt Viele Sachen erstmal ändern Die Strecke muss jetzt erstmal geändert werden So So Den Ich muss Hierzu rausgehen Ah, der ist schon mal der Rotz Ich muss ja irgendwo wenden Oh, nee Ich warte blöde Es geht nicht anders Es geht nicht anders Ja, pass auf Ich hab ne Idee Ne verflucht gute Idee Für die Zukunft erst Ich weiß sogar schon Welche Fahrzeuge So Das ist nämlich jetzt eine neue Linie Die geht von Frankfurt Hier her Die heißt Frankfurt Wittenberge So Auf diese Linie Kommst jetzt du Frankfurt Frankfurt Wittenberge So Du dagegen Hältst erstmal an Dich müssen wir Da müssen wir uns später mal drum kümmern Dich lassen wir uns einfach hier drauf stehen Ich möchte jetzt gleich eine Aufnahmepause gehen Und nichts So Unvollkommen stehen lassen Alles So Das kommt weg Das kommt weg Das kommt weg Dafür kommt jetzt hier das hier Und das hin Und hier unten kommt Rätsel Landnutzung Ja gesehen Ja Das passt Kommt jetzt dieser Bahnhof hin So So Der schließt dort an Und Der schließt dort an Machen wir noch ein Signal hin Und Ändern die Ne Passt sogar Sehr schön Gut dann haben wir eigentlich alles erledigt Jetzt kann man erstmal auf Play drücken Obwohl auf der Strecke jetzt noch Züge fehlen Aber darum geht es dann morgen Bis morgen Ciao